Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Drackensang, das Auge der Göttin. Wir stehen hier immer noch vor dem Kampf mit Salina und scheinbar ist dieser Kampf reines Lack, weil es immer darauf ankommt, was für Zauber sie spricht. So, holen wir uns noch eine hilfreiche Tatze. Die kann nämlich immer helfen. Und dann versuchen wir das Ganze eben noch einmal. Konsumatum est. Und nun, erhebe dich. Ja, ja, bla bla bla. Und ihr seid auch wieder da. Wie immer zu spät. Ja, ja, das kennen wir alles. Ich habe hier einen sinnlosen Dasein. Tut nicht. Und nun... Mein Atem geht ruhig. So, das heißt, wir hauen einfach drauf und hoffen das Beste. Ich versuch mein Betten für Ardo. Okay, da war die erste Versteinerung. Da sind Skorpione. Die werden scheinbar auch komplett random gerufen. So, solange sie sich nochmal versteinert, ist alles gut. Okay, du kannst dich mal selber heilen. Kannst du dich nicht. Dann heilst du sie. Okay, Kledis schläft gerade ein bisschen. Unser Bär ist wieder entsteinert. Vorgrem ist auch wieder entsteinert, was gut ist. Kriegen wir unseren Bär gehalten? Okay, irgendwer hat keine Munition mehr. Na klar. Äh, Kledis. Gut. Aufgepasst. Versuch sie mal niederzuwerfen. Nein. Okay, diesmal klappt es auf jeden Fall besser. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es weiterhin so klappt. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass es weiterhin so klappt. Das heißt, Vorgrem hau weiter drauf. So, wir setzen unseren Bären einfach mal gegen den neuen. wenn er da kann ruhig etwas brennen okay gleich haben wir salina okay das war leider wenn da da und das war salina ja zu spät und haben wir salina retten können so wie es aussieht in einer hülle in der nähe der silberfälle bin ich denn hierher gekommen ich war doch gut dunkel vorst um mit hemlock und der tochter des vogts aufzutreten du kannst dich daran erinnern was dort passiert ist sicher wir haben darauf gewartet dass die zeremonie beginnt als du plötzlich gekommen bist ja genau und dann ich weiß nicht doch da kam noch jemand und jetzt bin ich plötzlich in dieser höhle erzählst du mir jetzt was passiert ist aber sehe ich ja der ein neugierige der am gutshof aufgetaucht ist hat die jungen viele jahre erst verzaubert und dann entführt aber warum das denn es hat den anschein als ob er eure körper für ein unheimliches ritual benötigt damit sie von der dritten sphäre verbliebenen seien im besitz genommen werden können ich schrecklich aber irgendetwas muss schiefgegangen sein hast du besessen warst du erst ihn angegriffen und anschließend mich das kann ich gar nicht glauben das hast du dir bestimmt ausgedacht wo ist denn dieser einäugige leider nicht das ist alles wahr dein neugier ist leider entkommen und er hat immer noch vier jahren in seiner gewalt also hast du mich aus den klauen dieses unholz gerettet wie soll ich dir nur dank ist nicht nötig habe ich gern gemacht was jetzt es werden wir zu sehen dass wir einen ausgang aus dieser höhle finden und dann ist es wohl das beste wenn du zunächst wieder zum gußhof reist haben noch wartet dort auf dich wir sind zwar nicht immer einer meinung aber er hat sich bestimmt sorgen gemacht das hat er wirklich du bist jetzt bist ja auch seine schwester jetzt kommen lass uns von hier verschwinden ja ich habe salina im team betende skelette ein hebel sonst gibt es hier nicht dann aktivieren wir mal den hebel 50 ist sicher verlasse die höhle ja quick save zumindest salina konnte ich aus dem fang des einäugigen befreien bevor ich die höhle verlasse sollte ich mich noch mal gut umsehen ich glaube nicht dass ich wieder hier zurückkehren kann noch ein hebel der hat anscheinend nicht wirklich was gemacht also den konnte ich umlegen den da kann ich nicht umlegen außer hier sind noch mehr hebel versteckt die ich in der richtigen reihenfolge umlegen muss und der beschworene skorpione was haben die schon dabei außer stacheln ja das kopiert stacheln mal gucken was dieser hebel jetzt geöffnet hat ob ich durch eine der türen jetzt weiter komme zauber sind alle abgeklungen mittlerweile ja salina hat jetzt nur noch 26 leben also erstmal noch hier oben ja hier ist hier hin sind wir auf jeden fall gekommen und dann war hier zu und ja er sagt noch mal gut umsehen ich wette hier ist irgendwo ein startteil der statuette versteckt ja ich will immer statue sagen aber statue ist ein bisschen größer ja hier war der eingangsbereich und ja das portal ist immer noch aus ja hier ist jetzt offen okay hier sind wir ja nicht weiter gekommen weil ja wenn auch mal hier drüber ja hier ist es sumpfig hier ist erz und wir haben eine falle ah ruhe falle ausgelöst auch gut aber sie ist weg schloss geöffnet quick save machen ich habe nämlich das gefühl da ist ein teil der statu drin ja kopf das heißt es ist mal wieder an der zeit zu buffen ich habe den die 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 So. Hühner? In Hühner verwandelt. Okay.